Inmitten der bayerischen Wehrgedülle sind seit wenigen Tagen die Grenzen wieder geschlossen. Das ist Bernie, ein bayerischer Polizist, der zum Grenzdienst abgestellt wurde. Und das mit den Grenzkontrollen. Der Leidtragende ist doch der stinknormale Tourist. Echt? Doch eines Tages passiert, womit wirklich niemand niemals nicht gerechnet hätte. Bitte kommen. Bleib stehen. You go back. Welcome to Bavaria. Eine filmische Satire über Bayern, Deutschland, Europa und den Rest der Welt. Naja, was weiß ich, weil die Esdauer ja schon tun. Die wollen sich da bloß wichtig machen. Schaffst halt ein bisschen. Wenn du was isst, dann meldst dich halt. Ja, alles klar. Auf und out. Ja, alles klar.